Das ist das Lieblingsbänkchen von meinem Ernst. Darf ich mich dafür ein paar Haselnüsse anbieten? Haben Sie es gerne? Das ist sehr gesund und gut für die Fitness. Ja, das ist wunderbar. Ich bin froh, ich habe Haselnüsse nicht so gerne. Aber ich habe wahnsinnig gerne diese Schöcke. Von denen esse ich immer. Ich schiesse es einfach nicht gerne durch. Ich bin so froh, wenn ich jemandem damit Freude machen kann. Wollen Sie noch ein paar? Ja. Mein Ernst, der hatte immer gerne Haselnüsse. Also ich muss wieder gehen. Einen schönen Tag noch. Adieu. Wir nehmen heute den Abschied. Guten Tag, Woll. Darf ich Sie schon? Ich habe meine Brille vergessen. Ja. Und ich sollte mir nochmals kurz diesen Text einprägen. Können Sie mir da kurz nochmals vorlesen? Wir nehmen heute Abschied vor der Regula Steinmann. Heute stehen wir, da ich gegenwarte vor ihrem vierten Mann, dem Conny Shiva. Für vierter Mann sind sie jetzt auch noch beim Treppen. Auch Anwesend sind heute ihre Kinder. Rodolfo Ronaldo, Salome Fajata und Rüdiger. Rüdiger. Desiree, Candomblé, Travolte. Travolte, ja. Hasso. Das ist ja hier ein Hundenname, ja. Und ihre Enkel, Kevin Reiner, Roman Roman Romeo, Gregor McConnor. Alles durcheinander. Jesus de la Santa Fuente. Santa Fuente y Trinidad Balea. Raheem Adolfito. Adolf Hitler? Adolf Hitler? Das kann doch nicht sein. Nein, nein, nein. Adolfito. Adolf Hitler? Nein, das kann ich nicht sagen. Nein, also bitte. Nein, nein, nein. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Im Sinne von der Verstorbenen soll man die schriftliche Enkelmannie unterstützen. Enkelmannie. Genau. Die Enkelmannie, genau. Die Kollegen finden im Anschluss an Abdanken statt. Jetzt aber möchten Sie bitten zuerst, euch zuerst den Vaterunser am Herz richten. Genau. Danke vielmal. Kein Problem. Behüt, Colt. Wiedersehen. Danke. Okay. Entschuldigung, ich habe leider mein Brille zu Hause vergessen. Haben Sie gute Augen? Können Sie mir kurz etwas helfen? Ich kann Ihnen helfen. Oh, das ist dein Lieber. Ich habe hier eine frische Blüte. White Widow aufgabe. Können Sie mir hier ein Bliff rollen? Wollen Sie auch Tabak rein? Ja, Sie können ruhig genug reinmachen. Ja. Wir haben im Moment keine Sparwoche im Moment im Heim. Es ist gerade eine neue Ladung rein. Ja, super. Ja, ich bin eben im blauen Hölzli. In der blauen Hölzli-Strauss. Und die sind so nett. Wirklich jede Woche kommt eine neue Ladung. Das ist ganz toll. Oh, scheisse. Die Polizei kommt. Adieu. Schönen Tag. Das ist ein Gerät. 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 Untertitelung des ZDF, 2020